Was ist das? Das ist ein Kissenhaustier. 4.000 kostet das. Okay, so viel Geld habe ich nicht. Wie kann man denn hier Geld verdienen? Oh, das ist ein kleiner Hamster. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo neuer Freund, du kannst mich Nimm nennen. Und wie heißt du? Ich bin Yellowfire. Wenn ich dir irgendetwas helfen kann, bin ich immer für dich da. Was verkaufst du? Tiernamen, Tiernahrung, Haustierleine. Haustierleine 1000. Ah, okay, das ist was für Leute, die Geld haben. Okay, ich will den kleinen Hund hier. Okay, wo kriegt man den Fuchs her? Hier gibt es keinen Fuchs. Ich habe aber auch bei Tierhandlungen. Was? Da geht es aber nicht weiter da auf der Seite, ne? Ne. Also ich habe hier nur den Fisch. Den Hund. Und was immer das für 6.000 ist. Also lass uns mal ins Rathaus gehen. Wir gehen ins Rathaus. Und geben diesen Ernie, Bernie, Bernard. Bernard, das ist der hier. Bernie. Hallo Yellowfire. Ich habe gehört, dass du sehr hilfsbereit bist. Ach so, das ist ein neuer Quest. Was braucht er denn? Was verkauft denn der bitte? Diamanten, Knochen, Drang des Vergessens, Liebesbrief, Verlobung, Tapferkeit, Schnelligkeit. Ach, das sind die anderen Münzen. Das sind Gemeinschaftsmünzen. Hm. Elixier des Kampfes. Eine Kampffertigkeitspunkt zu erhalten. Oh, da kann man sich Kampffertigkeitspunkte kaufen. Drang des Platz. Schildgrünen. Die Färbung dieses Dranges ist schwer zu beschreiben. Da kriegt man wahrscheinlich Rüstung. Windmühlen-Trank. Sonnenverbranntes Holz. Das ist natürlich doof, wenn man nicht weiß, was der... Ja, okay. Was der so macht. Ach so, der wollte ja ein Quest hier. Was hat der denn von Quest? Hi. Was geht's denn? Einige der dekorativen Banner in der Stadt sehen ein wenig heruntergekommen aus. Ich muss dringend ausbessern. Stoff. Genau, hatte ich ja. Fantastisch. Ja und jetzt? Ah, jetzt kommt das Fragezeichen. Okay. Komisch. So, gehen wir mal da rein. Na, wie kann man denn den Stoff geben? Hä? Das ist doch Bernard. Ja. Aber das geht nicht. Ich kann den Stoff nicht... Ach so, ich muss das wahrscheinlich unten rein tun. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ach jetzt hat das gemacht. Okay, Landwirtschaft oder Kampf? Äh, Landwirtschaft. Gut, jetzt haben wir das auch. Wir können ja mal dann zu dir gehen. Damit ich mal sehe, wo du, wie dein Dorf ausschaut. Wahrscheinlich genau wie meins. Bringe Bernard Stoff 2. Hä? Das hatte ich doch schon. Ist das ein wiederkehrender Quest? Wurde mal oder mal. Wurde hat er das Quest nicht richtig abgenommen. Doch, weil, äh, ich habe ja die Belohnung bekommen, aber jetzt ist der Quest wieder offen. Das scheint ein wiederkehrender Quest zu sein. Okay, oder warte mal. Ich komme hier raus. Bringe Bernard Stoff 2. Na gut, dann machen wir das das nächste Mal. Reise in die nördlichen Wälder. Ach so, wir waren noch gar nicht in die nördlichen Wälder. Wir müssen in die nördlichen Wälder reisen. Meinst du, das können wir jetzt noch machen oder nicht, dass wir dann überrascht werden? Wo bist denn du? Bist du noch drin? Ja. Im Rathaus? Wo bist denn du? Wir müssen noch in die nördlichen Wälder. In die nördlichen Wälder müssen wir noch. Na dann draußen. Okay, jetzt komm. Lass uns mal in die nördlichen Wälder, weil wir haben ja nicht viel Zeit. Ich hab gedacht mir, dass mir die Bohnen war schon, die nördlichen Wälder. Wo sind denn die nördlichen Wälder? Weißt du das? Ja, ich bin falsch gelaufen. Oha. Oha. Nee, da oben war ich noch nicht. Halt! Im Auftrag von Lucia und Captain Nathaniel kann ich nicht zulassen, dass du... Oh! Du bist es. Yellowfire. Yellow, man hat mir mitgeteilt, dass du gehen darfst. Okay. Na komm, dann gehen wir mal. Für einen Farmer ist das zu gefährlich. Oha. Ist die aber schön. Man kann ja die Bäume hier nicht irgendwie fällen, oder? Wow. Muss man die jetzt frei machen? Nö. Warte mal. Lass uns erst in die nördlichen Wälder gehen. Das ist der Steinbruch. Da kann man ja dann auch nochmal seine Fähigkeiten erhöhen. Oha. Hier und da liegt er denn. Monsieur, was sollen wir mit diesem großen hässlichen Ding machen, glaubst du? Okay. Den müssen wir füttern. Mit 10 Blätter und 10 Kartoffeln. Das kann ich nicht machen. Hä? Wieso kann ich mich denn nicht bewegen? Ach, du bist das, Yellowfire. Ein riesiges schlafendes Monster blockiert die Straße. Es scheint friedlich zu sein. Ich seh mir das mal an. Hä? Wieso kann ich denn nicht laufen? Jetzt. Weil es eine Cutscene ist. So, jetzt gucken wir mal. Dieser pelzige Klumpen ist mir in den Weg. Ehehe. Ehehe. Ja, also Weizen hätte ich, aber Kartoffeln habe ich keine. Oh, jetzt muss ich erst Kartoffeln anbauen. Jetzt muss ich erst 10 Kartoffeln anbauen. Aber warte mal. Hab ich... Ne, hab ich nicht. Ah, das ist ja doof. Also gut. Das ist ja ein Witz. Wie viel Geld habe ich denn? 2000. Das heißt, bis die Kartoffeln fertig sind... Warst du schon mal in einem Steinbruch drin? Nee. Ähm. Komm, schauen wir uns das mal an. Was ist los, Jungs? Wir sind Bergleute, die im Steinbruch hier drüben arbeiten. Wir bauen Sandstein ab und verschiffen sie in die vier Regionen. Und dann brach diese seltsame Dunkelheit über uns ein. Okay. Du solltest hier nicht herumspielen. Sandstein ist sehr schwer. Du könntest dich verletzen. Am besten du läufst weiter. Okay. Ja komm, dann gehen wir mal da rein. Können wir unsere... Können wir da nicht unsere Bergbaufähigkeit verbessern? Doch, können wir. Komm, gehen wir mal rein. Vielleicht gibt es da irgendwas Gescheites. Gold, Silber, Edelsteine, wertvollste Materialien. Gucken wir mal. Mein Gott, jetzt weiß ich wo... Was baut man denn hier ab? Was ist denn das? Einfach nur Stein? Sandsteinerz. Okay. Sandstein ist was Neues. Das hatte ich noch nie. Da kannst du deine Fähigkeiten weiter nach oben bringen. Okay. Tatsächlich Sandsteinerz. Schon mal ausprobiert, was man damit machen kann? Sandstein könnte man vielleicht im Ofen zu Glas machen oder so. Oha. Das ist eine Fähigkeit von dir? Ja. Die habe ich nicht. Warte mal, wir gehen oben. Du hast recht. Wir gehen bei dir oben durch. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo... Ah, eine Brücke. Brücke, willkommen! Wir laufen aus dir. Ich würde mir den kleinen... Oh. Ich kann ja nicht angeln. Ich bin ein Angel. Das war aber bei Disney Dreamlight Valley genau das gleiche. Ich hatte solche Schwierigkeiten bei Disney... Sandsteinfisch. Ach Gott. Wie kann ich denn... Hast du dein... Hast du dein... Hast du dein Smartphone am Mikrofon? Nein. Das ist mein... Mein Smartphone ist aber nicht hier. Warte mal, ich muss mal gucken, weil das hört man. Ich kann... Was muss ich denn tun? So... Äh... Dieses weiße Dings da muss genau bis zum... Ja, aber das ist so schnell. Bis zum Grün. Ja, das sind immer... Das kann so eine Fische sein. Die so sind. Warte mal. Zwei Stück sind da. Zwei Stück sind da. Ach, jetzt ist es ganz weg. Ach, ich mag das Fischen nicht. Ich muss fischen. Okay. Hier muss es irgendwo was anders geben. Hier muss es doch eine Mine geben. Oder ist das hier die Mine? Nee. Okay, komm, wir machen hier schnell nochmal. Wir bauen mal schnell noch was ab. Und dann versuchen wir mal rauszufinden, was man damit machen kann. Nee, das ist wirklich eine Mine. Bei Jungen geht es noch weiter. Geht es hier noch weiter? Nee. Das heißt, das ist nur außerirdisch. Also halt oben. Da kann man seine Fähigkeiten in Bergbau verbessern. Und muss nicht in die andere Mine rein. Ich nehme mal ein paar so Dinger mit. Und dann versuchen wir die mal am Ofen einzu... Irgendwas kann man da bestimmt machen. Eine Sandstein. Aber ich halte Erz. Erz kann man in der Mine im Ofen ein... Wie heißt das? Schmelzen. Genau, einschmelzen. Das ist ein Erz. Das ist ein Sandstein, wo Erz drin ist. Genau so ist es. Cool. Der Fuchs ist schön. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so komplex ist. Das hätte ich nicht gedacht. Ja gut, irgendwas müssen sie ja machen, ne? So, jetzt schauen wir mal, wie viel Sandstein haben wir. Wir gehen mal auf I. Gemeinschaftsmünzen. Wieso habe ich die hölzerne Fackel hier? Feuerkristall. Wo ist denn mein Sandstein? Ich komme mit diesem System hier nicht klar. Das ist alles so durcheinander. Man findet nichts. Sandstein. Schauen wir mal, was wir daraus machen können. Warst du in deinem Spiel noch nie hier? Doch, einmal hier vorbei gelaufen. weiß nicht ob es hier aber hier gibt es tatsächlich nix hier kann man ja auch nicht durch kann man ins wasser fallen kann man das sterben nehmen man kann da kann man nicht okay dann gehen wir mal nach hause weil wir müssen ja noch stoff herstellen schön da kannst du halt eine kanzlei level und brauchst in die andere mine gehen aber man soll ja in die andere mine gehen weil da kriegst du ja wenn du durch bist jedes mal belohnungen für jemals zehn minen die man durchgehen kriegst eine belohnung und ich glaube am ende soll es eine sehr gute rüstung geben wer wohnt denn hier untersuchen diese hütte scheint verlassen die menschen müssen geflohen sein ach ehrlich das kann ich leider nicht machen ist das eine säge ich kann das nicht machen das ist schon nicht selbst gebaut da muss ich erst noch ein bisschen leveln also das ist schon mal hartholz 20 stück das cool okay da oben war ich noch nie so jetzt was was passiert denn jetzt können wir mal zu rex gehen jeder mütze eines schatzsäcke ausgraben füttere den snarkun nördlich von sun heaven ist es der sun nein das ist ja der schläft ach so ja 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 ich verstehe warte bis die zauberbohnen wachsen okay dann würde ich sagen es ist ja schon 16 uhr hier muss man ja immer um 24 uhr wieder daheim sein das finde ich aha das ist auch ein fuchsmädchen oder was hallo wollt ihr ein paar sachen sehen was verkaufst du denn eier butter ist alles teuer mehl kostet 80 gold okay gehen wir mal heim dann machen wir jetzt einen stoff und dann schauen wir mal was man aus diesen sandstein erz machen kann da 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 da